Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute trade ich wieder mit Broker Finmax und meinem Kleinkonto. Ich habe mit 1021 Euro angefangen. Inzwischen bin ich bei 2053,07 Euro. Das entspricht einem Gewinn von 1032,07 Euro und einem durchschnittlichen Gewinn nach 11 Tagen von 77,28 Euro. Heute folgt Tag 12. Hier ist meine Staffelung. Ich beginne mit 25,63 Euro und so weiter. Zunächst schaue ich mir die Wirtschaftsdaten von heute an. Wir haben einige sehr wichtige News im Australisch Dollar, Britisch Pfund, US Dollar und Kanadisch Dollar. Als nächstes suche ich mir einen passenden Trade im Metatrader 5 nach meinen Einstiegskriterien unter Berücksichtigung meiner 7 Indikatoren. Und der Tagesnews. Ich trade 60 Sekunden bis 2 Minuten. Und mache zwischen 2 und 5 Trades. Denkst du jetzt. Ich mach das. Ich trade 60 Sekunden. Halte. Mal. Wenn wir unten meine Fragen, dann gleich. Und dann. Halte. 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 Ich steige im US-Dollar-Cat ein und gleich nochmal. Das würde jetzt in den nächsten Sekunden wieder fallen. Ich steige nochmal ein. Aktuell sieht es gut aus, alle Trades sind im Gewinn und der sinkt noch weiter. Die ersten beiden Trades im Gewinn. Noch 20 Sekunden. 10 Sekunden. Vielen Dank. Das ist egal. Das heißt, ich habe einen Gewinn von 66,88 Euro. Das kann sich sehen lassen. Bis 31.12. könnt ihr noch von meiner Krone-Aktion profitieren und bis zu 849 Euro sparen. Ihr erhaltet einen Videokurs gratis. Plus 10 oder 20 Skype-Stunden. Ab 1. Januar gibt es diese beiden Kurse nicht mehr. Die werden dann durch einen Videokurs ersetzt. Über Broker-Anmeldung spart ihr noch 250 Euro bzw. 150 Euro. Ratenzahlung ist auch möglich. Aktuell haben sich 16 Kunden schon angemeldet. Also wartet nicht mehr allzu lange. Bis zum nächsten Mal und ein schönes Wochenende. Bye, bye.